Die nächste Race-Analyse wartet auf uns und was für eine. Mailand Sanremo 2022, La Primavera, Primavera Corsa, La Classicissima. Das Rennen hat viele Namen, es läutet den radsportlichen Frühling ein und mit 293 Kilometern das längste Rennen des Jahres, nicht das härteste, aber das längste Rennen des Jahres. Es geht von, wie der Name schon sagt, Mailand nach Sanremo entlang der Küste und im Finale erwartet uns, wie jedes Jahr, die Cipresa und der Poccio, eines der spannendsten Finale auch wieder in diesem Jahr, die ich seit langem wieder gesehen habe. Das Rennen ist deswegen nicht das härteste, weil es für das Augefeld relativ entspannt losgeht, es sei denn, man ist Ausreißer, da möchte man es direkt von Beginn an hart und gegen Mitte des Rennens erwartet uns der Colle Tocchino und danach geht es entlang der Mittelmeerküste. Dieses Jahr viel Rückenwind im Spiel, deswegen war es auch ein unglaublich schnelles Rennen und wie immer knurbelt sich das Rennngeschehen auf die letzten 27 Kilometer, denn zuerst kommt Cipresa, 5,6 Kilometer, ungefähr ein Anstieg von around 10 Minuten, dann haben wir ungefähr eine 8 Kilometer Flachpassage und dann geht es hinauf den Poggio, der ungefähr mit 3 Kilometer und 5 Minuten Dauer die Herausforderung darstellt, wie jedes Jahr, Ausreißer gegen Sprinter, wer wird gewinnen, welcher Sprinter schafft es über die Berge, wer kann noch irgendwie einen Sprint hinten rausfahren, welchen Sprinter lässt es an der Cipresa stehen und wer wird sich da an den Anstieg aus den Socken fahren. Apropos aus den Socken fahren, wir blicken auf Alessandro Tonelli, einer der Fahrer aus der Spitzengruppe, die wird dich von Kilometer 1 dachten, ey komm 92 Kilometer, das ist mein Ding, mein Tag, ich mache das heute in der Gruppe, die fahren los in der Ausreißergruppe und jetzt haltet euch mal fest, die Stats, 6 Stunden 19, 44,8 kmh im Schnitt mit 282 Watt, 4,1 Watt pro Kilo, 302 Watt Normalized Power und 6400 Kilo Joule geleistete Energie, die wollten es auf jeden Fall richtig hart und die haben es echt geschafft bis Kilometer, ich glaube es waren Kilometer 15 vor Ziel, mit zwei Mann noch, den letzten zwei Mann vorne zu bleiben, aber vorher Cipresa, da ging es richtig ab und da hat das Hauptfeld aber auch aufgeholt. Denn dieses Jahr wurde Cipresa, der erste Anstieg, hochgefahren wie sonst die letzten Jahre nicht. Wenn wir uns mal die Stats anschauen bei Strava, sehen wir mit einer Zeit von 9 Minuten 29 von Jan Tratnik, das sind die ersten 10, 12, 13 gelisteten Fahrer, wirklich alle in diesem Jahr die Strava-Bestzeiten sind, 35,6 kmh im Schnitt, 423 Watt geleistete Energie und fast 1500 Höhenmeter pro Stunde. Zum Vergleich, die Austragung von 2017, Greg van Avermaat mit 34,6 kmh im Schnitt, 1 kmh langsamer mit 9 Minuten 46, das spricht 15 Sekunden schneller in diesem Jahr und wenn man sich das angeschaut hat, wie da gefahren wurde, hatte UAE auf jeden Fall richtig Bock für Pogi, das Rennen hart zu machen und es hat einige Sprinter an dem Anstieg fallen lassen. Team UAE fährt in den Anstieg, Jan Polanz fährt das Ding von vorne und einmal bitte Lichter aus, danke. Übernehmen wird David Formelow und wir sehen zwischendurch einmal Wattzahlen von W-Lon eingeblendet, der Mann fährt da mit 420 Watt hoch, das war schon richtig stark, dahinter Pogi noch sehr kontrolliert und wenn wir einmal auf den Powerfeil von Thunderbolt gucken, dann sehen wir, dass der Mann richtig gut gefahren ist. Und so habe ich einmal das Segment rausgemarkiert, 9 Minuten 4, 34, 4er Schnitt, 423 Watt und wir sehen, wie konstant diese Leistung ist. Sein Normalized Power von 439 Watt ist nur kaum höher als die Durchschnittsleistung und wir sehen, dass er auch jetzt hier im W-Prime-Modell, also sprich seine anaerobe Batterie, nicht so stark ausgeschöpft hat. Das ging richtig schnell hoch und wir haben gesehen, dass einige Fahrer abgefallen sind. Diese Gruppe um die Spitzenfahrer war vielleicht noch 25 Mann groß und Van der Poel hält sich da ziemlich zurück. Das ist sehr, sehr gut, was er macht, versteckt sich ganz gut und auch Fahrer wie Wout, die positionieren sich alle vorne und auch Mohoric positionieren sich vorne und fahren sehr kontrolliert den Anstieg da hoch. Also wie gesagt, das Hauptfeld fährt richtig schnell da hoch. Team UAE hat richtig Bock, das Ding schnell zu machen und der Vorsprung der Spitzengruppe verfliegt förmlich. 2 Minuten 10 am Fuße der Cipressa und oben bleibe nur noch 40 Sekunden. Wahnsinn, da wird Formolo super stark gefahren, fährt rein in die Erbfahrt und hält das nachher noch auf die nächsten 8 Kilometer. Relativ konstant von vorne, auch wieder die Daten von W-Lon, immer wieder 360, 400 Watt vorne. Die Spitzengruppe schafft es noch so eben 320, 300 Watt zu fahren. Die halten den Vorsprung relativ konstant auf 20 Sekunden, aber dann wissen wir, kommt der Poggio und da wird jetzt richtig Finale gefahren und dann war es es auch um die Ausreißer. Doch bevor wir auf das Geschehen von 2022 blicken, gucken wir noch einmal in die Vergangenheit, wie schnell wird so ein Poggio denn gerne gefahren und dann haben wir einmal die Stats von Valverde 2019 mit 6,5 Watt pro Kilo ist der Mann da hoch geflogen, 37,7 kmh im Schnitt. Da sind Kurven drin, die Jungs müssen da richtig abbremsen bergauf. Das ist wohlgemerkt, um dann nicht aus den Kurven zu fliegen und attackieren dann wieder voll drüber. Denn oben weiß man, jetzt noch die Abfahrten, da sind noch 2,5 Kilometer bis ins Ziel, das ist das Entscheidende. Also wieder rein ins diesesjährige Geschehen, gucken wir uns das einmal an. Also zurück in die 2022 Version des Poggio's. Diego Lissu fährt von vorne für Pogacar. Einmal bitte Vollgas, danke, geht raus, 2,7 Kilometer bis zur Kuppe noch des Anstiegs und dann feuert Pogi das erste Mal einen raus. Antwort, Wout van Aert und Roglic steigen hinterher von der Pol 18 Sekunden mit 900 Watt im Schnitt. Dann fährt das Ganze, der ganze Trost sich wieder zu. Pogi dreht sich um, sieht alle Fahrer an seinem Hinterrad. Okay, dann mache ich hier gar nichts mehr. Alle schauen sich an. Es geht um die Serpentine und Pogacar die zweite. Wieder Attacke von der Pol mit 11 Sekunden, 837 Watt. Diesmal springt er nicht Vollgas hinterher, denn das ist so eine schöne Dynamik des Radrenns. Vorne attackiert jemand und dann stapfelt sich nach und nach die einzelnen Fahrer auf aus einer kleinen Gruppe heraus. Das heißt, bis der letzte mal attackieren muss, dauert das eine gewisse Zeit. Aber der erste hat direkt schon am Hinterrad seinen Fahrer, dreht sich um und sieht, dass der nächste Fahrer an seinem Hinterrad ist. Lässt das ganze Tempo wieder raus und dann muss auch der fünfte Fahrer gar nicht mehr so stark hin. Die Pedale treten. Allerdings sehen wir bei Van der Pol wieder Rechtsserpentine. Er bekommt die Kurve nicht richtig, fährt in diese kleine Asphaltrille. Schlecht angefahren, dann wieder aus dieser Asphaltrille auf den Asphalt. Vorne ist die Lücke 1200 Watt. Peak muss Van der Pol treten, weil er die Kurve nicht richtig gepackt hat. Dann alles fährt wieder zusammen. Alle gucken sich wieder an und warten wieder einen kleinen Moment. Nachdem sie alle angeschaut haben, Pogacar wieder zum dritten Mal, haut die Attacke raus. Van der Pol diesmal kontrolliert dahin mit nur noch 800 Watt. Im Peak fährt im Windschatten der anderen hinterher. Pogacar wird eingeholt. Alle gucken sich an und was passiert? Roglic attackiert die Konterattacke. Wer springt denn her? Natürlich. Mathieu van der Pol diesmal 1100 Watt im Peak. Der Mann hat auf jeden Fall richtig feuern lassen an dem Anstieg. Nur um dann wieder auf Roglic aufzufahren. Und damit das Ganze wieder die Geschwindigkeit runterfährt, weil sich wieder alle angucken. Doch das kurze Anschauen der Favoriten dauert nicht lange. Denn wer setzt zur vierten Attacke an? Genau der Pogacar. Wieder einmal haut er einen raus. Diesmal aber. Interessant. Er schafft es nicht mehr eine richtige Lücke zu erzeugen. Die anderen sind relativ schnell an seinem Hinterrad dran. Und man sieht, dass das Ganze nicht mehr so dynamisch ist. Er fällt los. Wieder alle in einer Reihe dran. Pogacar dreht sich um. Alle dran. Okay, ich lasse wieder aufmachen. Dauert nur ein paar Sekunden später. Und dann kommt Sören Krak an. Also mit der Konterattacke. Und diesmal reißt es wieder richtig Löcher. Wer mittlerweile zum fünften Mal aufstehen muss und wieder 1000 Watt tritt, ist Van der Pol. 1000 Watt Peak und 30 Sekunden bei 700 Watt. Nur um Sören Krak das Loch wieder zuzuschließen. Und das wie gesagt war jetzt das fünfte Mal, fünfte Mal, sechste Mal 1000 Watt Peak. Was aber sehr interessant ist, wer auch diesen Poggio genauso in der Gruppe da hochgefahren ist. Und vielleicht nur zwei Sekunden langsamer war. Das ist Matej Moric. Und gucken wir einmal auf seine Daten. Entlang des Power-Files fällt auf, dass wir immer wieder zwischendurch Peak-Werte sehen. Aber hier mal 860. Das war die erste Attacke. Dann haben wir hier die Serpentine mit 675 Watt. Und danach kommt mal 750 Watt. Sowie 700 knapp und 730 Watt. Und hier einmal 600 und 580 Watt. Und hier einmal die lange Attacke mit 860 Watt. Ja, das sind alles viele Attacken. Und man sieht auch an W-Prime-Modell, dass er seine anaerobe Energie schon ziemlich ausschöpft. Aber verglichen mit Van der Pol ist der Mann doch wirklich kontrolliert da hochgefahren. 5 Minuten 55 mit 434 Watt und 449 Watt Normalized Power. Und Van der Pol das Ganze mit 5 Minuten 53, zwei Sekunden schneller. 470 Watt Leistung im Average. 6,3 Watt pro Kilo und 500 Watt Normalized Power. Also Moric ist etwas sparsamer den Anstieg hochgefahren. Hat zwar oben zwei Sekunden. Die fährt aber relativ schnell in der Abfahrt zu. Denn Mati Moric ist erneut, wie damals bei der Weltmeisterschaft, ein Revoluzzer im Radsport. Damals hat er den Supertag erfunden. Und bei Meilerson Remo haut der Mann noch einen raus. Nachdem der Supertag gebannt wurde von der UCI, fährt Mati Moric mit einer höhenverstellbaren Sattelstütze. Sowas hat es im Radsport erst einmal, zweimal vielleicht gegeben. Damals mit Nibali. Aber es war so auffällig, wie stark Mati Moric in der Abfahrt fährt. Es dauert nur zwei, drei Kurven. Da hat er vorne die Gruppe eingeholt. Fährt innen dran vorbei, an den Jungs vorbei. Und zieht außen in der Kurve einfach an Van der Pol vorbei. Als wäre der ein U15-Fahrer und wüsste noch nicht so richtig, wie man die Kurven anfährt. Unglaublich schnell ist der Mann da runtergefahren. Es folgt nun ein Höllenritt, bei dem Mati Moric fast zwei, dreimal die Wand küsst. Und auch zwei, dreimal sein Rad bald verliert. Aber der Mann fährt da runter. Und ich muss sagen, wäre das Motorrad vor ihm nicht gewesen, würde ich sagen, der wäre sogar noch einen Ticken schneller gefahren. Wenn man den Stats von Strava Glauben schenkt, dann ist Mati Moric acht Sekunden schneller als Mati van der Pol in dieser Abfahrt runtergefahren. Und das gegen einen Mann, wo wir wissen, dass der echt Fahrrad fahren kann. Wie das Ganze funktioniert mit einer höhenverstellbaren Sattelstütze, das findet ihr einmal in diesem Video. Da erklären wir einmal die Physik und die Dynamik von Abfahrten und Kurven fahren. Und warum eine höhenverstellbare Sattelstütze den Körperschwerpunkt reduziert und deswegen auch eine Kurve sich schneller fahren lässt. Also schaut rein, wenn ihr das wissen wollt. Wir gehen zurück ins Rennngeschehen. Noch 2,2 Kilometer, Mati Moric unten auf der Ebene. Jetzt das Ding solo, nur noch ins Ziel rappen. Er hat ungefähr 10 Sekunden Vorsprung auf die Gruppe mit Wout van Aert und van der Pol. Und da hinten, die Jungs, die haben richtig Hunger auf den Sieg. Mati Moric immer noch mit der Dropper Seat Pose und reduzierter Sattelhöhe. Das heißt, der Mann ist jetzt aber auch aerodynamisch im Vorteil. Das heißt, er hat sein ganzes System etwas reduziert. Fährt jetzt einen unglaublich dicken Gang, sieht es im Fernseher so aus. Ich habe mal rausgeguckt, es war dann doch irgendwie so eine 97er-Trittsequenz. Es sieht aber so unglaublich kraftvoll aus. Fährt die letzten 2,2 Kilometer mit 56 kmh im Schnitt, 406 Watt Leistung im Schnitt. Noch nicht spannend genug, 7 Sekunden Vorsprung. Okay, letzte Linkskurve, es kommt so ein Bumper und was passiert? Ihm fällt die Kette ab. Mati Moric fällt einen Kilometer vor Ziel noch die Kette ab. Man sieht es gar nicht richtig auf den Videobildern. Er tritt noch 2, 3 Mal relativ vorsichtig die Kurve, damit die Kette wieder vorne auf das Kettenblatt drauf fällt. Das bedingt aber, dass er ungefähr 4 Sekunden aufhört zu treten nach der Kurve. Und das sind bei 7 Sekunden natürlich nicht viel Vorsprung, die er hat. Zum Glück dreht er die Kette wieder aufs große Blatt, fährt dann das ganze Ding nachher ins Ziel. Und auf Antony Tourgis, der Zweiter wird und Mathieu van der Poel, der Dritter wird, war dann auch nicht mehr so viel Platz. Wenn wir es vergleichen mit Van der Poels letzten 2,2 Kilometern, ist der Mann 58,3 kmh im Schnitt gefahren, 442 Watt im Schnitt. Das bedeutet, 2 kmh fast schneller. Das heißt, sie haben richtig, richtig aufgeholt. Ein Glück hat Moric seine Kette wieder fangen können. Und am Ende fährt Van der Poel nochmal einen 1.400er Sprint, um auf Platz 3 zu kommen. Aber leider einen Ticken zu spät für ihn. Mati Moric gewinnt das Ding und zeigt einmal auf seinen Schritt, naja, er meinte die höhenverstellbare Sattelschütze, hat man erst im zweiten Blick gesehen und feiert sich, dass das funktioniert hat. Interessanterweise hat die UCI gestern, glaube ich, war es, die Erlaubnis der freien höhenverstellbaren Sattelschütze gegeben. Das heißt, ich bin gespannt, ob auch in Zukunft noch weiter Fahrer mit der höhenverstellbaren Sattelschütze fahren in den Abfahrten. Ich muss sagen, ich habe einmal mir den Spaß gemacht. Ich habe richtig reingezoomt in die einzelnen Kurven und versucht zu schauen, ob der Mann schneller in der Kurve fährt als Van der Poel. Laut GPS kann ich es nicht sagen. Da müssen wir einmal mit Speed-Sensoren mal drangehen und arbeiten. Ich habe Bock, auf jeden Fall das Ganze mir mal anzuschauen. Im GPS-Fall konnte ich es leider nicht sehen, aber es hat auf jeden Fall einen Effekt und irgendwas bringt es ja. Bin gespannt, ob noch weitere Fahrer dieses Jahr mit höhenverstellbaren Sattelschützen unterwegs sind. Und wenn euch die Analyse gefallen hat, dann schreibt es doch in die Kommentare, liked das Video und abonniert den Kanal für mehr solcher informativen Videos. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Ciao! Ciao! Ciao!